geliebte menschen geliebte lichtfamilie ich freue mich sehr dass wir jetzt zusammen diese meditation machen können und ich bitte dich das licht der liebe einzuatmen und dich mit diesem licht auszudehnen und mit jedem atemzug immer mehr zu entspannen ich möchte mit dir eine meditation gegen gedankenkontrolle machen das ist etwas das mir sehr am herzen liegt und von dem ich glaube dass wir es jetzt alle gut gebrauchen können gedankenkontrolle nimmt viele formen an von der subtilen manipulation unserer gedanken durch menschen in macht positionen bis hin zu den offenkundigeren formen von gehirnwäsche und zwangsüberredung in dieser meditation konzentrieren wir uns darauf in unsere eigene macht zurückzukehren und unsere freiheit und unseren frieden zurück zu erobern so lasst uns beginnen du befindest dich in einem raum in welchem du ungestört sein kannst du sitzt in einer bequemen position mit gerader wirbelsäule du kannst auch deine augen schließen so wie du es machst ist es richtig und gut atme ein paar mal tief durch und entspanne dich richte deine aufmerksamkeit nun auf deinen atem nimm die empfindungen des atems war wenn er in deinen körper ein und aus strömt folge den atem den ganzen weg hindurch von dem moment in dem er in deine nasenlöcher eintritt bis zu dem moment in dem er aus deinen mund oder deine nase wieder austritt beobachte einfach die empfindungen des atems ohne zu versuchen ihn in irgendeiner weise zu kontrollieren in deine gedanken abschweifen ist das in ordnung bringe sie einfach sanft zu den empfindungen des atems zurück während du dich auf deinen atem konzentrierst stelle dir ein helles weißes licht vor das von dir ausgeht dieses licht ist erfüllt von liebe frieden und mitgefühl es umgibt dich und füllt dich aus du bist sicher geschützt und geliebt das licht wird immer heller und heller bis es dich ganz um gibt jetzt stell dir vor dass dasselbe licht von allen wesen auf diesem planeten ausgeht wir sind alle durch dieses licht miteinander verbunden wir sind alle eins die liebe der frieden und das mitgefühl in diesem licht werden bedingungslos auf alle wesen ausgedehnt denke nun diese sätze währenddessen du das licht auf die erde sendest mögen wir frei sein von gedanken kontrolle und manipulation mögen wir frei sein in frieden und harmonie miteinander und mit der natur zu leben spüre nun das licht der liebe des friedens und des mitgefühl dass dich und alle wesen auf diesem planeten umgibt denke noch einmal mögen wir frei sein von gedanken kontrolle und manipulation mögen wir frei sein mögen wir in frieden und harmonie miteinander und mit der natur leben in diesem moment spürst du wie alles von dir genommen wird was nicht zu dir gehört du spürst wie du befreit wirst von diesen negativen energien wie jegliche gedanken kontrolle und manipulationen jetzt entfernt werden atme ein paar mal tief durch und nimm wahr wie du dich jetzt fühlst denn das was du fühlst ist ein raum der freiheit des friedens und der liebe dieser raum ist nun dein raum und du kannst ihn jederzeit besuchen und dich stärken nimm nun einen weiteren tiefen atemzug und sende das licht des raumes der freiheit zu allen menschen auf der erde lade sie ein zu dir in diesen raum zu kommen und beobachte jetzt wie sie alle kommen und den raum mit ihrer liebe ihrem frieden und ihre mitgefühl füllen und nun werden von allen menschen die es möchten jegliche kontrollsysteme manipulative energien und implantate entfernt fühle die große heilung fühle die energie und lass dich davon tragen und heilen spüre die erleichterung und einen klaren geist welcher dich ab jetzt wieder führt spüre die neue kraft die in dir aufsteigt und die freude die dich stärkt denn du hast es geschafft bevor wir die meditation beenden bleibe eine weile in der stille sitzen und genieße das gefühl von freiheit frieden und liebe dass du jetzt in dir trägst wisse dass du jetzt frei von gedankenkontrolle und manipulation bist und in frieden und harmonie mit dir und den anderen und der natur leben kannst spüre deine neue klarheit und kraft atme ein paar mal tief durch und wenn du bereit bist öffne deine augen komme in der geschwindigkeit die dir gut tut wieder in dein hier und jetzt zurück bewege hände und füße und sei wieder ganz da du weißt genau dass du immer wenn du das gefühl hast dass du schutz und sicherheit benötigt zurück in diesen raum gehen kannst ich danke dir für dein licht dass du heute mit uns geteilt hast möge diese meditation zu deinem allerhöchsten wohle wirken und dich ganz frei machen ich wünsche dir noch eine wunderschöne zeit mit einer herzensumarmung bis zum nächsten video